Hiyoteki schult als Training besonders das Distanzgefühl und genaue Zielauffassung und verbessert die Fähigkeit zum Schaden, Stoßen und Treten mit starkem Kontakt. Die Fähigkeit zum Schaden Das ist die Nummer 2. Das ist die Fähigkeit. Die Fähigkeit zum Schaden. Die Fähigkeit zum Schaden. Deine Hand Die Affiliate Die Fähigkeit Die Quanten Ja. Vielen Dank.